Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch ein Video, in dem ich euch vier verschiedene Trainings zusammengeschnitten habe. Und zwar möchte ich euch nach und nach alle Trainings zeigen, die ich im Winter besucht habe. Und heute geht es los mit der Sour. Das sind die gesamten vier Trainings. Ja, zweimal bei der Chantal Bretta und zweimal beim Urs Schelker. Viel Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.